Entschuldige, ich bin zu spät. Bist du doch immer? Ja, ich hatte ein Treffen mit Lord. Was ist heiß? Wer ist Lord? Die sich um die Digitalisierung kümmert. Setzen Sie sich. Ich hab das Gefühl, dass man in der Verlagswelt das Digitale verteufelt. Sie sind hier, um den Laden aufzufrischen. Wie sehr? Das müssen Sie mir sagen. Ich hab mich gestern mit Alar getroffen. Ja, und? Wie geht's? Gut, er scheint gut drauf zu sein. Das ist gut. Sogar sehr gut drauf. Super. Wegen des Manuskriptes. Nein, ich bring's nicht raus. Ich hab gedacht, du hast mich verstanden. Ich würde gern wieder mit Ihnen essen gehen. Ich hab gerade gesagt, er hat mein Manuskript abgelehnt. Was soll ich denn da machen? Also, bis dann. Was denken Sie über die Kontroverse, die Ihr Buch ausgelöst hat? Die Frage ist, haben Schriftsteller das Recht, sich von echten Personen inspirieren zu lassen? Hat Alar nicht doch zwischen den Zeilen gelesen? Denkst du, dass er etwas weiß? Sonst, er rächt sich auf die Art. Es gefällt mir nicht, wie er über Frauen reden. Was stört dich daran? Er behandelt sie wie ein Objekt. Vielleicht gefällt ihr das, wer weiß. Die Verkäufe stürzen ab? Das ist total verrückt. Die Leute lesen Bücher auf dem Smartphone. Ich lese nicht auf dem Tablet. Vielleicht eine andere Generation. Du kannst nicht mal. Betrügst du mich, Leonhard? Warum fragst du das? In einer Beziehung ist Lust doch nicht das A und O. Dann bevorzugst du Heuchelei. Das wäre doch nicht Heuchelei. Wir sind seit 20 Jahren verheiratet. Und du? Arbeitest du an etwas? Ich habe keine Lust, darüber zu reden. Aber es geht voran. Ja, ja, ja. Gut, 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 gut. Also erfahre ich nicht mehr? Nein? Nein.